Auf der Suche nach den besten Döner der Welt mussten wir natürlich auch zu Bayramoglu Döner in Istanbul. Es gibt hier keine Speisekarte, da es nur ein Gericht gibt. Döner im Japprak-Style. Das Lavoschbrot wird im Tandu-Ofen frisch gebacken und das Rindfleisch wird auf Kohle gegrillt. Bayramoglu gibt es seit 1990 und sie sind beliebt bei Einheimischen als auch Touristen, die Schlange stehen. Alternativ zum Lavosch gibt es Reis. Eine Portion hier kostet umgerechnet 7 Euro. Die Beilagen sind gratis. Wir sind hier bei Bayramoglu in Istanbul. Das gibt es seit 1990. Hier gibt es Japprak-Döner, so wie man es auch beim Pferd kennt. Sieht so aus. Ist auf jeden Fall ein bisschen dicker geschnittener als beim letzten Laden. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Zwiebel. So isst man das.